Ich rufe jetzt auf den Zusatzpunkt Nummer 9, Einspruch gemäß Paragraf 39 der Geschäftsordnung der Abgeordneten Beatrice von Storch gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf. Der Einspruch wurde als Unterrichtung verteilt. Der Bundestag hat über den Einspruch ohne Aussprache zu entscheiden, und wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer stimmt für den Einspruch? Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank. Damit ist der Einspruch bei Pro-Stimmen durch die AfD-Fraktion und allen anderen im Haus zurückgewiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 2.